ja moin und willkommen zurück was sollten wir sollten wir ach wir wollten unseren hund holen stimmt was haben wir hier ein bisschen charismale kommen wir den hund und dann gehen wir erst mal weiter oder wir wollen wir erst mal auf mal gucken ich sag mal jetzt nur wirklich ganze zeit und immer nur aufräumen wir müssen noch ein bisschen in der geschichte vorankommen würde ich sagen oder genau so haben wir ja noch zu tun gott gott so muss man unseren hund ja lauf 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 was war denn das jetzt das ist noch die fliege hört sich gut an haben wir alles hier schon besiegt wieso kommt jetzt hier gerade kein ton auch dieses spiel ist immer manchmal ein bisschen komisch nein hallo verdammt ich komme wieder so jetzt geht es wieder wasserium der freiheit einmal kurz rein ja oder er ist leicht creepy ne der typ mega oh man oh man oh man ja ich habe da mitgekriegt bei gong dauert das genauso lange mit dem laden also hey was soll's aber vielleicht sollten wir die passagen einfach rausschneiden wo es halt lange braucht zum laden würde ich jetzt mal sagen habe ich da vorher auch gemacht einfach weil warum wollt ihr euch so lange einen schwarzen bildschirm angucken wisst ihr wie ich mein das ist ja nochmal einfach so aber es entscheidet ihr nicht ich nicht ich ja da drückst du kurz auf pause oder auf aufnahme kurz beenden und was ist zack bist du ne mega doch mit was ist das mal wir müssen unseren hund wiederholen die 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 doch mit doch mit ich komme mein freund habe ich schon ausgelutet da müsste doch hier eigentlich noch hängen ich komme alles Was ist hier ein Betriebs-Terminal? Sag mir nicht, folgt mir. Geht doch. So, zack. Ich feiere immer noch irgendwie diese Musik so leicht. Naja, was soll's. Also sie liegt jetzt doch im Spiel, als es halt so lange zum Laden braucht und nicht an den Mods. Also Gronkh hat 80 Mods drin gehabt, ne? Also da sollte denn schon was heißen. Ich hab nur ein paar drin, nicht viele. Seht ihr? Hier. So, eigentlich müssten wir jetzt da hinten hin. Oh. Äh. Wo? Ten Pints Bluff müssten wir jetzt hin. Ich würd sagen, wir gucken uns hier nochmal ein kleines Stück um. Versuchen noch ein bisschen was zu looten. Und dann ist gut. Okay, hier ist nix, ne? Oh, hier geht's hoch. Uh. Uh. Wollertauf Cocktail, alles klar. Immer mit. Was ist die hier? Mann, Mann, Mann. Dogbeat. Hund. Ich nenne es ihn so. Ich nenne ihn einfach Hund. Okay, hier ist echt nichts. Außer der abgestürzte. Wow. Warbird. Guck mal, da ist auch noch was. Ja. Irgendwann werden wir da nochmal hingehen. Wollen wir das nicht vergessen. Wenn du jetzt runter fliegst, hau ich dich noch. Schwör ich dir. Also. Oh, safe. Scheiße. Experte. Verdammt. Ja, komm jetzt. Verbranntes Buch können wir nicht gebrauchen. So. Mal ein bisschen looten. Das ist zu. Das ist auch zu. Auch zu. Gibt es ja wohl nicht, oder? Ich glaube, das ist sogar eine Lizenz gerade, ne? Ich habe keine Ahnung. Oh Mann, nein. Das ist nicht gut. Verdammt. Na gut. Was wird es machen? Muss ich jetzt erstmal mit leben? Was ist das? Oh Blume. Okay. Wieder Müllung. Verdammt. Das war ja... Och, nö. Naja gut. Da ich eh nicht so bei YouTube bin. Skater Davis. Den Namen finde ich noch immer echt seltsam. Hm. Ach, warte mal da hinten, ne? Komm. Alter. Komm jetzt. Ne, da bin ich nicht runter. Ach echt? Machen wir. Da. Ich weiß auch nicht, warum ich Ruhe erspringe, aber ist auch egal. Mh, 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 mh. So. Hey. Ja, Monizium können wir noch mal gebrauchen. Verdammt. Kommen wir da irgendwie hoch? Von hier? Ne, das ist Hauen. Kannst du echt vergessen. Hä, wie kommen wir denn da hin? Könntest du wohl hier... Wenn du nicht weißt... Lass das mal. Flüsterkneipe, da gehen wir mal rein. Die saufen bestimmt noch alle. Wir gucken mal. Mal gucken, was im Ziel drinne noch erwartet. Oh. Oh. Ja, das passiert, wenn man Alkohol trennt. Komm. Mache euch ein bisschen Musik an. Tü, tü, tü. H-Klammer. Wir, wir looten einfach erstmal alles. Tü, 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 tü. Plastik. Das Schloss kriege ich nicht auf. Ja, war mir klar. Äh, hier ist nix. Kommen wir mal drauf. Ne, da wollen wir jetzt gerade nicht hin. Komm mal. Ich will die. Was geht hier unten? Was? Licht aufblasen. Aufgeblasene Kippball. Gut. Hund, Hund, Hund. Gartenstuhl. Strohkissen. Benzinkanister. Malpinsel, Medex. Eieiei. Gut. Gehen wir mal nach oben. Tür. Tür öffnen. Ähm. Geht's dazu. Was ist denn los hier? Macht doch hell das Ding. Äh. Muckel. Orteg Lunchbox. Was haben wir denn hier? Weil hier ist denn eine verbesserte Tür. Wow. Wow. Ich will den Pümpel. Ich will den Pümpel. Was haben wir denn noch? Schädel. Daytripper. Alles klar. Die scheinen sich ja mal hier richtig weggeschossen zu haben. Wollt ihr noch ein bisschen Musik haben? Okay. Alles klar. Hör auf hier alles zu fressen, Mann. Kann ja wohl nicht wahr sein. Der Hund ist auch so ein Allesfresser. Gut. Also müssen wir uns merken. Hier müssen wir nochmal hin. So. Wir machen jetzt erstmal zu Tempah ins Bluff. Mann, Mann, Mann. Um, 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 um. Um, 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 um. Seht ihr, haben wir ganz entspannt die Musik genossen. So, gehen wir jetzt nach Tenpens Bluff oder haben wir hier irgendwo die Uhrzeit. Ah, da hatten wir sie doch. Ah ja, warte mal. Nee, wir gehen erstmal pennen. Und dann gehen wir den nächsten Tag dahin. Ganz einfach. Machen wir da auf. Ganz entspannt hin. Wie? Folgen. Handel. Hund hat nix. Gut. Komm. Komm Hund. Alter, was haben wir denn hier? Alter, 264 Schuss haben wir dafür. Ja, da sehe ich uns doch. Impro. Repetieren. Kurz, Jagdgewehr. 308. Oh so. Äh. Favorit. Die weg. Danke. Guck mal, da sieht das mit der Munition auch schon viel besser aus. Ich glaube, wir gehen jetzt mal schlafen und dann gehen wir da morgen hin. Auf ganz entspannt. Würde ich sagen. Ja. Pikse. Und nochmal. Und. Pik. Pik, 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 pik. Hehehe. Woo. Oh, 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 oh. Na, da ist doch mal. Bleibt doch mal noch stehen, oder was? Stimmt ja nicht mit jemandem. Also manchmal, ne? Hallo. Auf, hier rum zu zicken, sag ich dir. Kommst du im Müll. Spinnst wohl. Also. Denn jetzt? Hey. Hast einen Augenblick Zeit? Ich wollte dir dafür danken, dass du uns in Concord geholfen hast. Ja. Hätten wir dich doch nur eher getroffen. Ähm. Letztendlich hat es ja geklappt. Nein. Unsere Probleme sind viel schichtiger. Mein Sohn ist... ist fort. Dein Sohn. Wie heißt denn der? Wie war sein Name? Kai. Mein Sohn hieß... Kyle. Hieß oder heißt? Das ist natürlich echt schlimm. Das ist schrecklich. Eltern sollten ihr Kind nicht verlieren müssen. Nein. Sollten sie nicht. Ich glaube nur, dass ich mehr hätte tun können. Naja. Danke nochmal. Oh, bitte. Macht 1450. Ich will nur ein bisschen handeln. Hört mal stehen da. Der hat nur... Der hat nur... Oh... Warte mal, du kriegst von uns... Warte mal. Eine neue Waffe. Impro? Die brauchen 308er. Was braucht man jetzt auch berläufige? Schrot. Jagdgewehr. Was macht denn die für eine Schaden? 37. Ne, die behalten wir. Oh, die macht 45 Schaden. Oh. Hm. So. Und die braucht 308er. Haben wir noch 308er? Irgendwo, ja. Warte mal. 308er. Oh, 18 Patronen. Äh, 13. Na komm. Kann ich dir erst mal 6 Stück geben. Restlichen 7 behalte ich. 38 sind keine Probleme. Da habe ich mir jetzt genug von. 5 Millimeter genauso. Ich warte mal. 308 zurück. Ja. Das nehmen wir auch mal zurück. Er kriegt was ganz anderes. Hier, guck mal. Pass mal auf Fusionszellen. Ja. Kannst du die haben? Warte mal. Was ist das Scheiß denn? Doch, hast du. Ähm. Doch. Falsche Taste. Tut mir leid, ich wäre gerade keine gute Gesellschaft.